Hallo, ich bin Vater Jakin und ich bin Regisseur. Ich habe Filme gemacht wie Kurz und Schmerzlos und im Juli und Solino. Und jetzt 2004 kommt der vierte Film. 2004, vierter Film. Es ist ein Film voller Sex, voller Gewalt, voller Drama, voller Schmerz, voller Liebe, voller Humor. Ich habe mein Leben in diesen Filmen gesteckt. Ja, ich habe mein Leben in diesen Filmen gesteckt. Ich habe, meine Bandscheiben sind mir rausgeschoben bei diesem Film. Meine Frau hat mich fast verlassen. Ihr müsst da reingehen. Ich bin jung und ich brauche das Geld, verdammte Scheiße. Ihr müsst da reingucken. Was ist denn los, verdammt?